So, am besten willkommen zu meinem neuen Video. Ähm, ich wurde ja, jetzt vor kurzem mal gefragt, wie man sich jetzt eigentlich am besten bei Allogee in einer Fraktion, also ich vermute einfach mal, es ist Allogee gemeint, weil es war ne Allogee Part und so, also ich hoffe mal, es ist so gemeint, sonst, ja, wird schon passen, ne? Ähm, oh. Wie man sich da am besten bewirbt reinkommt, was auch immer. So. Fangen wir gleich mal an uns hören, das wäre natürlich nur Forum, ähm, habe ich hier schon mal geöffnet. So, wenn wir hier auf den Server klicken, dann sehen wir hier unten das Forum. So, leite jetzt kurz. Und, ja. Gut. Wir können das natürlich auch ganz einfach machen, indem wir jetzt hier, ähm, live-offener-shareman.org eingeben. Dann kommen wir hier auf das gleiche Ergebnis. So. Oder wir suchen einfach in Google nach live-off- jareman. Und dann können wir hier einfach drauf. So, dann werde ich ihn einfach kurz anmelden. Mit dir hier vollen Zugriff, ach. Mit dir vollen Zugriff aufs, ähm, ich weiß, ob das passt doch gar nicht eingegeben. Ähm, dann wird die vollen Zugriff aufs Forum haben. Ähm, okay. So, also wie gesagt, wir haben es vor, seit es sind. Ich hoffe, dass wir uns genug mit klein sollten. Eigentlich alle wissen. Jetzt wie das geht. Ähm, gehen wir auf Forum. Für das Forum. Ist ja logisch. Also jetzt so für totale, sowas von überhaupt mega-krasse Anfänger und so. So, und dann suchen wir die Fraktionen. Die haben wir hier. Und ja. Werden wir einfach mal hier San Andreas Police Department nehmen. Und ja. Also ich werde jetzt hier keine Bewerbung schreiben oder so. Ich werde euch nur zeigen, wie das geht. Ähm, 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 das habe ich selber gezogen. Und zwar hat man hier meistens einen Bewerbungs-Street, was auch immer. Ähm, ja. Das ist natürlich nicht so. Ach ja. Bewerbungs-Street. Mal gucken. Genau. Und hier haben wir dann eine ganz coole, ähm, ähm, äh, ja. Dinge eben. Ähm, Bewerbungsvorlage. Die können wir jetzt einfach so eins zu eins kopieren. Mit der GC zum Beispiel. Und ja. Wenn ich jetzt mal den Editor öffnen. Weil ich jetzt hier nicht irgendwie was drunter schreiben würde. So. Ich habe jetzt das Ganze, wenn man das, sagen wir mal, jetzt als Fremder, ähm, möchte. Und hier jetzt mal. Einfach mal beispielsweise, das ist ja mein Name. So. So ist ja Herr Vorlamme. Das hier. Das Geburtsdatum. Ich denke mal, das sollte jeder wissen, was damit gemeint ist. Dagemonat. Ja. Also. Erster, erster. Eins. Das ist trotzdem unmöglich, dass man da geboren worden ist. So. Die Level- und Erfahrungspunkte. Das seht ihr. Ähm, entweder. Geht ihr auf das Control Panel. Wo ich mich auch kurz einloggen muss. Obwohl ich da blöd zum Schreiben bin. So. Und ich hoffe, ich rede mir ganz so schnell. Mein Kritikpunkt. Und. Ja. Jetzt sehen wir hier, ähm, die XP. Ich weiß jetzt nicht. Okay. Hier gibt es dann irgendwie keine genaue Angabe. Du müsst dann Ingame gucken. Und das Level. Also das könnt ihr Ingame und das Slash Stats nachgucken. Das möchte ich jetzt nicht zeigen. Ingame sollte sich jeder einigermaßen auskennen. So. Dann die Vornwarens. Die. Das wird man bestimmt mitbekommen, wenn man die hat. Ich weiß nämlich nicht, wie das ist. Ich hab nämlich keine. Ingamewarens. Mach ich auch keine. Wenn man Scheiße baut und so. Ne. Ähm, die Scheine. Irgendwann mal alle hat. Ja. Nein. Was auch immer. Oder. Nein. Ich hab nur den einen nicht. Die GWD-Note. Die GWD ist halt, ähm, der Grundwehrdienst. Da kann man eine Note bekommen. Ja. Das ist logisch. Division und Headset. Ja. Auch logisch. Regeln und Einführung und Befehle bereits gelesen. Ja. Auch logisch. In welche, welche Division möchte es in seiner Karriere beitreten. Ähm. Keine Ahnung, was ich, was da gemeint ist. Das wird hier jetzt wahrscheinlich irgendwie verlinkt sein oder so. Dann brauchen wir hier noch einen Screen of Stats. Das machen wir ganz einfach. Indem wir in Ingame gehen. Slash Stats eingeben. Und dann einfach F8 drücken. Dann gehen wir auf Dokumente. Auf. 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 Was muss ich suchen? Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das andere als Gluterfiles. Sam Screens. Und. Ja. Habt ihr dann die ganzen Screens. So. Ja. Und dann braucht vielleicht eben noch einen LOG Lebenslauf. Also. Welche. Ähm. In welchen Fraktionen man schon waren. Und warum. Ja. Man eben die Fraktion verlassen hat. Bis für uns BZW. Rausgeschmissen wurde. So. Dann noch Fragen. Warum sollten wir dich aufnehmen? Klärt sich wahrscheinlich von selbst. Aber einfach russisch schreiben. Warum. Die einen auf. Ähm. Auf. 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 Auf aufnehmen sollten. Ähm. Weshalb man sich als Polizei gebommen hat. Und die Stärken und Schwächen. Ähm. Jo. Der Rest sollte sich von alleine. Und hier. Siehen wir jetzt hier schon alles. Ja. Aber das braucht jetzt nicht zu interessieren. Hier steht warum er nicht abgelehnt wurde. Das werde ich jetzt aber nicht alles vorlesen. Das könnt ihr alles selber nachgucken. und ja dann also eigentlich war es das jetzt noch ich werde es noch mal kurz hier das noch mal zeigen ja das könnte jetzt etwas dauern vielleicht vielleicht Agentenbewerbung ich glaube das ist es so hier haben wir jetzt auch noch ein paar Voraussetzungen und zwar ja diese hier wie man sieht das wollte ich jetzt noch kurz bei den Voraussetzungen zeigen oder jetzt zum Beispiel die Terroristen das ist eine Premium-Fraktion das steht hier auch dahinter das heißt man braucht einen Premium-Account und halt jetzt noch zu 70-50 Jahre hier als Trucker wo ich brauche nur Level 2 ja ich denke dass ich jetzt vielleicht irgendwie blöd oder mach auf Wachtwinter Bock hier sind wir noch doch die Leader meistens glaube ich und ja dann haben wir hier unten noch die Gangs steht hier alles oben und ja das war es dann auch ich hoffe es sind jetzt keine Fragen mehr offen hoffe ich sollte er nicht passen und ja ich hoffe euch hat das Video natürlich gefallen falls da Fragen vorhanden sind könnte mich natürlich gerne einfach also einfach in den Kommentaren boah krass voll viele Bilder in den Kommentaren anschreiben also einfach einen Kommentar schreiben und ich würde euch dann wenn möglich helfen ja dann bis zum nächsten Video das Video ja dann bis zum nächsten Video